Yo, Leute, was geht? Freunde, heute gibt es den Kampf Godzilla vs. Siren Head in Real Life. Ich bin super gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch alle gehypt. Das Ganze gucken wir uns auf dem Kanal YesRanger an. Ich weiß nicht, wie man die anderen Buchstaben ausspricht. Ich kann kein Japanisch oder... Boah, das sieht nicht so japanisch aus. Chinesisch, thailändisch. Ich glaube, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Freunde, wir gucken uns das Video an. Ich bin sehr gespannt. Also, Leute, let's go. Wir haben hier eine Familie, Freunde, die hier ganz entspannt mit dem Sandkasten spielt. Die macht so ganz entspannte Sachen. Ja, so was man halt so macht. Und plötzlich, plötzlich ein dickes Erdbeben. Was passiert? Wir haben ein dickes Erdbeben. Und alle Leute gucken da am Strand. Weißt du, die Freundin, die macht ihm jetzt gerade Sand auf dem Rücken. Ich weiß nicht, warum er dann eine normale Hose trägt, wenn sie Sand auf dem Rücken macht. Dann ist die ganze Hose voller Sand. Auf jeden Fall, sie gucken hin. Und, oh mein Gott. Okay, das ist Realtalk beeindruckend, dass dieser Sandkasten sogar umgefallen ist. Und diese Sandburg. Und er so, meine Sandburg. Meine Sandburg. Oh Gott. Und da ist dann plötzlich Godzilla, Leute. Er kommt aus dem Nichts. Und er will sich, er will sich mit diesem Ding wehren. Oh Gott. No. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das ist schon for real ein bisschen furchteinflößend. Ja. Alles klar. Vorsichtig. Meine Damen und Herren. Das ist ernst. Ja. Mach die Socken schnell. Zieh die Schuhe an. Lauf weg, Junge. Lauf weg. Lauf. Und er filmt es einfach. Ey. Da kommt das Militär plötzlich mit dicken Raketen. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Plötzlich Actionfilm geworden hier in Re-Life. Hol mich raus. Nein. Sie will nicht. Oh mein Gott. Hilf ihr doch. Hilf ihr doch. Ja, genau. Hol sie aus dem Sand raus. Sie kommt da nicht aus aller Einer Kraft raus. Ja. Plötzlich Romantikfilm. Oh mein Gott. Was passiert hier? Was passiert hier, Leute? Es ist einfach ein Romantikfilm geworden. Warte mal kurz. Ist das überhaupt die gleiche? Die hatte doch gerade eine Brille auf, oder? Ja, genau. Ja, meine Güte. Ist ja auch nicht so, dass da Godzilla im Hintergrund ist. Ich so. Warte mal, Leute. Kann man diese Musik auch nochmal machen? Hier, ich mach mal kurz meine Facecam. Ich mach mal kurz hier. So, Leute. Jetzt pass mal auf. Immer nochmal hier den hier. Ich mach eine Zeitlupe. Boom, Junge, Alter. Alles explodiert hier. Was ist hier los? Leute. Ich sag's euch. Ich hab... Es ist so ein geiler Film. Es ist... Es übertrifft meine Erwartung. Es übertrifft meine Erwartungen. Wir sind in der ersten Minute eins. Was passiert hier noch? Leute. Bam, Junge. Ach, plötzlich hat sie die Brille wieder an. Der herzlichen Glückwunsch. Willkommen zurück in der Realität. Er hat seine zukünftige Frau gefunden. Okay, ich mach jetzt nicht so viele Pausen, Leute. Let's go. Los, komm. Nimm deine zukünftige Frau mit. Ja, nimm sie mit. Oh mein Gott. Lauft schneller. Lauft, lauft, lauft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ist das krass. Lauft. Lauft weg. Oh boy. Ah. Er kann nicht mehr. Ey, ich find's übrigens echt krass, dass sie gar keinen Sand mehr hat. Sie war voll bedeckt mit Sand. Und sie hat es geschafft. Durch das ganze Laufen. Der ganze Sand ist weg. Ich find das echt krass. Wirklich. Ich glaub, die hat auch so ne super Kraft. So Sandentfernungskräfte. Weil auch die alle hier haben keinen Sand mehr am Körper. Die sind alle... Sie sind nicht mal nass. Kommt jetzt Siren Head? Oh Leute, ich glaub... Oh mein Gott. Da ist das Siren Head. Es ist da. Der Siren Head ist da. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. No way. Wow. Er hat sie erledigt. Lauf. Lauf. Warum wird der Bildschirm plötzlich dunkel? Oh. Oh boy. Oh mein Gott. Ah das. Ah ja, Leute. Ja, das ist die Szenen, die ich mich gefragt hab. Warum könnte er plötzlich Leute mit Waffen? Das ist Militär. Okay. Ja, doch kein Plot-Hole. Film macht absolut Sinn. Oh. Bam, Junge. Lauf durch diese leere Stadt. Lauf durch die leere Stadt. Ah, ist das Siren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fühle mich grad wie. Ey, nimm deine Perle mit. Hier nach links. Lauf mal nach links. Komm. Einfach gegen den Strom laufen. Bestimmt wird das was bringen. Versteckt euch hinterm Auto. Ja. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieht er mich? Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Aber es ist alles gut. Es ist alles gut. Puh. Nicht wahr? Alles mit dir in Ordnung? Alles gut? Oh mein Gott. Wow. Wow. Ey, Mann. Simon, jetzt sei mal nicht so unfair zu ihr. Sie war gerade schon komplett eingedeckt in Sand. Mit ihrem ganzen Oberteil. Ja. Also. Ja. Sie ist gerade erst. Sie hat es gerade mit ihrer Superkraft geschafft, die ganzen Klamotten sauber zu kriegen. Kein Grund jetzt wieder voller Staub und Sand zu sein. Oh mein Gott. Yo. Als ob er genau, ja natürlich, er hat genau die Kraft, diesen riesen Betonklotz festzuhalten. Es ist der unglaubliche Hulk. Es ist der unglaubliche Hulk. Wo ist die Frau? Oh Gott. Also Leute, unter normalen Umständen, äh, wäre die jetzt nicht mehr da. Aber sie ist auch ein Avenger. Und deswegen kann sie es aushalten. Das sind die, die Asian Avengers. Asian Marvel Avengers. Steh auf. Steh auf. Oh Gott. Nein. Nein. Die krallt von Siren Head. Nein, laufe doch nicht ohne sie weg. Nein. 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 Was macht der? Siren Head. Siren Head. Oh. Ja, vergesst es natürlich, Leute. Es ist ein Romantik-Film. Hä? Warum sind da jetzt plötzlich drei Siren Head? Hä? Leute. Was ist das? Was passiert hier? Oh. Oh nein. Nein. Yo. Du bist kein Ehre, Mann. Er läuft weg. Er läuft weg. Nein. Du wirst jetzt den Leuten, du wirst dir helfen. Er rette sie doch. Ach so. Er will die Waffen holen. Raketenwerfer. Ja. Nimm den mit. Ja. Yo. Leute. Was passiert hier? Lauf schneller, Junge. Lauf schneller. Komm. Einmal draufschließen auf Siren Head. Komm, Junge. Boom. Nimm das, Siren Head. Ja, Mann. Nein, Mann. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt es, Leute. Godzilla rettet uns den Tag. Godzilla. Da ist sie. Oh boy. Alter. So, hilf ihr. Hilf ihr doch. Sie liegt dort. Geht es dir gut? Ich hebe mal eben diesen 300 Kilo Stein einfach mal an und schiebe ihn einfach mal weg. Dann nehme ich diesen 20, 40 Kilo Stein und dann nehme ich noch diesen kleinen Stein und dann den noch. Ja, und dann nehme ich doch die ganz schwere Leiter. So, steh auf. Mund-zu-Mund-Beatmung. Los. Steh auf. Oh, ja, Mann. Jetzt hat sie auch endlich ihre Brille nicht mehr an. Wo ist sie jetzt eigentlich hin, die Brille? Steh auf. Ich hoffe, du kannst unter deiner Brille sehen. Kannst du sehen, wohin du gehst. Stolper nicht. Oh, mein Gott. Oh, Leute. Das wird so eine Love-Story werden. Simon versus Godzilla. Äh, mein Freund, warum brauchst du ein Fernglas? Du stehst direkt vor der Action. Lauf doch weg mit deiner Ehefrau. Lauf doch mit dir weg. Du hast sie gerade auf dem Strand kennengelernt. Nimm das doch nicht. Er will einfach, er will sich die besten Plätze sichern für den Kampf. Yo, Siren Head, du Spinning Siren Head. Oh, mein Gott, ist das laut. Oh, Gott, der Kampf geht los, Leute. Du, du, du. Was macht der jetzt? Was macht der denn? Was macht der? Hä? Ist das ein Minecraft-verzauberter Bogen? Hä? 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 Warum? Hä? Wo hat sie die Brille jetzt her? Wo kommt die Brille her? Warum hat sie ihm ein, 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 warum hat er ihr ein, 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 ein Dinosaurier geschenkt? Und warum ist da jetzt ein Pokéball? Will sie ihn mit dem Pokéball einfallen oder ist der Dino das Pokémon? Warum ist hier ein Minecraft-magischer Bogen? Leute, ich sag's euch, das ist, der Film kommt nicht nur in die Kinos. Der Film wird in jeder Netflix, in jeder Amazon, in jeder Disney-Plus-Streaming-Plattform Dingenskirchens überhaupt laufen. Der wird dauerhaft auf Platz 1 sein. Das ist einfach der beste Film auf YouTube. Wirklich. Warum hat er einen Kalender von ihr, obwohl er sie gerade erst kennengelernt hat? Was ist das? Ein Transformers. Yo. Leute, ich verstehe eins nicht. Also, jetzt mal hier. Warum guckt sie gerade so? Ich verstehe... Oh, sie hat das... Oh, sie hat den Kalender gesehen. Oh, sie hat den Kalender gesehen. Oh, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich die Story, Leute. Hold on, hold on. Leute, das macht jetzt alles Sinn. Passt auf. Sie ist ein Star und ein Model. Und er hat den Kalender gekauft. Und sie... Das ist die Frau, die auf dem Kalender ist. Und jetzt hat er sie gefunden. Und das ist seine Traumfrau. Digga, der Plot ist einfach geil. Das ist die beste Story seit Jahrhunderten. Warum ist er denn jetzt enttäuscht? Ja. Lass mal Musik hören. Hier. Ich habe einen riesen XXL-Airpod. Was kann ich damit tun? Was ist das? Wo kommt der denn her? Ja, natürlich. Damit Zion hat mit seinen riesen Ohren Musik hören kann. Oder Godzilla. Wem will er das jetzt geben? Oh mein Gott. Nein. 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 Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Nein. 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 Der hat jetzt den Airpod in das Ohr von Godzilla reingetan. Und jetzt will er... Jetzt will er Godzilla Musik anmachen. Oh nein. Ich glaube, das kann man nicht abspielen. Ich glaube, das ist Copyright. Glaube ich. Das ist jetzt wahrscheinlich die am meisten wiederholte Szene in dem Video. Okay. Ähm. Leute. Was passiert jetzt? Godzilla wird motiviert. Durch die Musik. Ja. Er pumpt jetzt richtig. Der pumpt jetzt richtig. Und jetzt greift er total an. Jetzt greift er komplett an. Und der Zion hat pulverisiert. Er hat ihn desillusioniert. Er hat ihn entfernt. Und jetzt ist sie mit ihrer Brille und zieht sie aus. Und jetzt geht sie einen Schritt nach vorne. Und jetzt ist plötzlich alles gut. Siren Head ist erledigt. Und sie... Wohin läuft sie? Warum guckt sie mich nicht an? Wo läuft sie hin? Warum ist es plötzlich Sonnenuntergang? Wir hatten gerade erst helllichten Tag. Läuft sie... Sag mal... Sag mal, Hagi. Hagi. Hagi, weißt du, was da los ist? Weißt du, was da los ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich drehe durch. Ich glaube, ich drehe durch. Das ist... Das ist, glaube ich, Real Talk... Ich glaube, das ist... Das ist... Ich... Leute, ich kann diesen Film emotional nicht mit. Das ist einfach... Du wirst ständig überrascht. Du wirst... Das ist besser als... Das ist besser als Comedy. Das ist alles. Es ist Romanze. Es ist Drama. Es ist Comedy. Es ist alles. Aber ich weiß nicht, wie es enden wird. Und ich will es wissen. Und ihr auch. Also abonniert den Kanal. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich bin dein Retter. Ich habe dich gerettet. Und jetzt kommst du mir so. Jetzt kommst du mir so. Das kannst du mir nicht antun. Das kannst du mir nicht antun. Nee. Nee. Ist das ihr Bruder? Ich hoffe, das ist ihr Bruder. Aber wenn die... Ich hoffe, das ist nicht ihr Freund. Oh mein Gott. Nö. Nee. Sorry. Du bist bei mir durch. Du bist bei mir durch. Jetzt ist es zu spät, für dich zu realisieren, was du gerade tust. Jetzt ist es zu spät. Du hast mir den Rücken zugekehrt und haust ab. Das ist... Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Leute, ich finde übrigens nice, wie dieser Film plötzlich von Siren Head vs. Godzilla zu einer Liebesgeschichte wird. Die nichts, wer damit zu tun hat. Oh. Ja. Was? Was steht da? Was steht da? Was? Leute, was steht da? Was? Boah, 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 was ist die? No, ey. Äh, was? Was ist das? Jo. Was? Was passiert hier? Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Was ist das? Äh. 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 Äh, Leute. Ich bin auf dieses Video gekommen, weil ich weiße Eule geguckt habe. Und jetzt kommt mir... Äh, also... Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich dachte, es kommt ein normaler Kampf. Jetzt ist sie plötzlich so ein Super Saiyajin-Modus geworden. Was ist das? Jetzt kommt Siren Head... Siren Head wird wiederbelebt. Alter, was ist das? Jetzt sind die Riesenex... Yo, was ist... Wer bist du? Wer bist jetzt du? Wer bist denn du? Jetzt ist... Was ist hier los? Leute, der Film endet einfach so. Ich bin einfach... Ich... Ich kann nicht mehr. Ich muss die Untertitel anmachen. Oh, Untertitel nicht verfügbar. Nice. Yo, okay, Leute. Also, ich weiß nicht, ob hier noch was kommen wird, aber... Ich, äh... Glaub, das ist eine Ankündigung für so ein Spiel. Oder ist ein Placement. Aber ich will... Yo, es gibt noch... Es gibt noch... Es gibt noch eine Post-Credit-Scene. Es gibt eine Post-Credit-Scene. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Das ist definitiv eine andere Szene, glaube ich. Ja, woher läuft sie denn? Woher läuft sie? Oh mein Gott. Oh! Bam! Ja! Let's go. Ja, Mann! Wo läuft sie hin? Geht sie jetzt zu uns? Komm. Komm zu uns. Komm zu Papa. Komm her. Komm her. Ja! Let's go. Yes! Ja, Mann! Aber warum... Hä? Oh, ja! Yes! Das ist ein guter Ending. Das ist ein guter Ending. Was ist hier für eine 2? Was macht er? Ich verstehe nichts. Ich verstehe gar nichts. Ich hab... Ich... Leute, ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Ich... Ich bin einfach nur... Ich, äh... Das ist der beste Film der Welt. Also für mich hat das Ding jeden Oscar verdient. Das ist beste Regie, beste Schauspielerin, bester Schauspieler, bester Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Nebendarsteller, Leute. Ja. Äh... Besser Nebendarsteller war natürlich Militär. Äh... Hier, Side-Besetzung, Siren Head. Ja. Ich, äh... Also, äh... Keine Ahnung, was soll ich noch sagen? Also, äh... Ich, äh... Ich, ich hab keine Ahnung, Leute. Ich will auf jeden Fall mehr davon sehen. Es gibt sogar noch ein Godzilla im Real-Life-Kämpfe-Video. Freunde, ich glaub, ich abonniere den Kanal. So, ich abonniere... Ich lasse ihm jetzt ein Abo da. Hier, ich hab ein Abo da gelassen. Daumen noch um, das ist zu geil. Es ist einfach zu geil. Leute, ähm... Meine Stimme ist jetzt ein bisschen down. Komplett weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war das beste Video dieses Jahr. Das beste Video, was ich dieses Jahr gesehen hab. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst uns doch nach oben da. Und abonniert den Kanal. Wir sehen uns, Leute. Ich, ich, ich... Wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Ciao.